ok also ich muss dringend die ki anpassen wieder besondere fähigkeiten nutzen dass ich mir auch aus badenlied kann aber gerne singen bei dir kann eigentlich alles so bleiben nach kampf bevorzugen naja bei dir im skript dank kampf bevorzugen eigentlich nahkampf bevorzugen keine zauber einsetzen aber und tote bannen dann kampf bevorzugen so zauber weg und fertig ok warum auch immer magischen geschossen in ein eichhörnchen verwandelt haben ja ihr braucht nur zu fragen wie kann ich helfen wie ihr wünscht ich möchte mich jetzt ungern eine nacht zwischen den spinnenleichen verbrücken nur damit sie kein eichhörnchen mehr ist ihr habt geläutet und 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 So, jetzt kann sie sich wieder bewegen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Ja, wie ihr wünscht. Wieder hier mit allem sprechen. Meine Laune ist uns schlecht genug, auch ohne euch. Ich brauche ein schluckstarkes Ferrenbier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also wenn Nera dauerhaft ein Eichhörnchen bleibt, haben wir keinen. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Müssen wir wieder laden. Wie ihr wünscht. Ja. Ja. So. Mit dem haben wir auch geredet. Und wieder. Wo. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Weil es ist auch nichts auf Nera gerade drauf. Wie ist Magie Widerstand drauf. Wie ist Magie Widerstand drauf. Wie ist Magie Widerstand drauf. Wie kann ich wie ihr wünscht. Wie ist Magie Widerstand drauf. 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 Erstmal wollen wir das ganze Zeug was Kikane so mit sich rumschleppt. Verkaufen. Mehr war es eigentlich gar nicht. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Wie ihr wünscht. So, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier hinreisen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Muss ich mal rasten. Weiter rasten. Aber mit euch scheint alles so einfach. Also, Nera, verwandelt sich nicht zurück. So ein Käse. So, wir passen jetzt mal die Skripte an. Okay, sie ist schon wieder verwandelt. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist sie命." Ja, wie ihr wünscht. Ernst? Ihr habt geläutet? Und das lässt sich auch nicht mehr rutschgängig machen. Oh doch, sie ist wieder normal geworden. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Also ich weiß nicht, glaube ich, glaube ich werde nicht. Das ist übrigens auch komisch. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nee. Nee. Sample das Ding ein. Danke. Ah, Stufenaufstieg. Zum Glück habe ich ein Auto zu helfen. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Ja? Der geht an die Sione. Den behältst du mal. Heil dich. Wie kann ich helfen? Du braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Meine Bitte. Also als Seichhörnchen kann sie sich nicht zurückverwandeln, aber als Wolf. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Den konnte ich nicht lernen. Den konnte ich lernen. Also geringer Lebenssitz ist mir egal, aber gerade die Rüstung und die magischen Geschosse hätte ich doch schon gerne. Also. Beide los geht macht mich gerade echt fertig. Muss ich ja echt zugeben. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass Nera nur mit dem... Aha. Ja, nach Hals gewackte Hexerei... Was ist es diesmal? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wo ihr braucht nur zu fragen. Ja? War scheinbar dooflich. Wie ihr wünscht. Ach, hier pinst du gar einer. Okay. Ja? Ja? Das hier ist offen. Das heißt, ich kann ihn einfach beklauen, ohne dass er es merkt. Ja, dass es ihn stört. Ihr braucht nur zu fragen. Sagen wir mal so. Meine Laune ist uns schlecht genug, auch ohne euch. Ihr braucht nur zu fragen. So, in dem Bein ist wahrscheinlich gewaltig. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Wie ihr wünscht. Naja, Nera ist ziemlich abstrengend, muss ich sagen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, mal kurz gucken. Es ist schön, dass sie einen nimmervollen Beutel hat. Worum geht, wie ihr willst. Küss mich. Womit kann ich dienen? Haben wir bei ihm hier. So. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. So, dann versuche ich echt nochmal den Typen der roten Umgabe auszuschneiden. Aber wir nehmen es eben schon wieder. Ich schätze, ihr seid am Ende. Worum ihr braucht nur zu fragen. Ihr habt geläutet. Ja, dann versuche ich mal mit nem magischen Geschoss aufzunehmen. Was ist das für? Sau.